Ghost und Soap haben am Damm eine Katastrophe verhindert und Makar aufgestoppt. Jetzt bist du dran. Mit Fahra und Alex wird es gelingen. Du und Grave seid im selben Team, John. Vergiss das nicht. Ich vergesse gar nichts. Sieht gut aus, Jungs. Wir sind bereit für Pre-Check. Bereit für Pre-Check. Ja, lass losgehen. Wir agieren gemeinsam. ULF, 1-4-1 und Shadow. Alle zusammen. Yes. Alle zusammen. Ganz sicher. Wenn nicht, verlieren wir. Ist die Werkstattklagen. Freigabe. Beginne Triebwerks-Check-Check. Start-Close. Shadow ist betankt. Kontrolle. Komm. Freigabe zum Rollen, Shadow. Roger. Fliegen wir. Shadow und Goldiegel. Kärze gezündet. Zuschlagen, Shadow. Shadow. Goldiegel. Shadow 1 ist auf Station. Shadow 1. Boden-Team ist am Sammelpunkt Friedhof. Ihr gebt Deckung aus der Luft, während Sie die Chemikalien und Makarov aufschwören. Verstanden. Shadow 1. Boden-Team ist beim Friedhof im Westen. Sind mit IR-Signalen markiert. Sichtkontakt melden. Verstanden. Bereithalten. Sichtkontakt zum Boden-Team bestätigen. Sichtkontakt bestätigt. Markiere. Boden-Team, wir haben Sichtkontakt zu euch. Verstanden. Unser Ziel sind die zwei Hangars. Bewegen uns auf euer Zeichen. Markiere Bedrohungen auf dem Friedhof. Boden-Team, Position halten. Wir sichern das Gebiet. Schütze, Beschuss starten. Schalte die Bedrohungen aus. Am Abzug. Dann mal an die Arbeits-Shadows. Schalte aus. Feind getötet. Guter Schuss. Direkt. Erwischt. Bedrohungen im Nord-Osten. Conny beim Kommunikationsturm. Schütze, den Turm ins Visier nehmen. Das ist eine Raketenstellung beim Turm. Schütze, eine Rakete auf diese Stellung. Conny zielt auf uns. Schieß eine Rakete auf die Stellung. Guter Treffer. Ziel zerstört. Da im Süden. Conny rückt auf den Friedhof vor. Shadow 1. Boden-Team hat Kontakt. Feuer frei. Verstanden. Wir sind dran. Schieß auf den Friedhof, Schütze. Festiger wird abgefeiert. Wer ist entledigt? Boden-Team rückt durch den Friedhof vor. Weiter Deckung geben. Alles klar. Shadow passt auf euch auf. Hohet ihn hier. Grüße von oben. Waffe bereit. Kontakt. Shadow Feindkontakt. Fahrer sofort die gute Schütze. Verstanden. Wir sind dran. Feind aus dem Friedhof. Guter Treffer. Boden-Team. Ihr könnt loslegen. Verstanden. Wir rücken vor. Deckung geben. Shadow. Verstanden. Fahnd aus südlicher Richtung. Markiere. Guter Angriff. Einer weniger. Wollen Sie dir? Shadow 1. Gutes Wetter. Immer weiter so. Boden-Team rückt vor. Wir schützen euch. Shadow 1. Er hat ein Flugzeug. Bonnie will ein Flugzeug starten. Westlich ist Rollbahnende. Verstanden. Connie-Jet. Markiere das Ziel. Erledige diesen Jet, bevor er abhebt. Crew, legen wir los. Wenn er in der Luft ist, haben wir ein großes Problem. Der Jet ist weg. Bann sich entwett zerstört. Luftüberlegenheit, Shadows. Feinde stoßen über die Rollbahn vor. Bodenteam, mehrere Conny auf der Rollbahn. Geht in Deckung, wir räumen euch den Weg. Wer ist standen? Halt in die Position im Südwesten. Sagt für die Sicherheit des Bodenteams, nicht auf die Hangarsfeuer. Ihr geht nirgendwo mehr hin. Feuerpause. Bodenteam, ihr könnt loslegen. Verstanden, Bodenteam rück zur Hangar 1 vor. Gib ihnen Deckung bis ins Zielgebäude. Nicht auf die Hangars schießen, bis wir die Chemikalien haben. Wir wollen Makarov nicht den Sieg überlassen. Bodenteam hat Hangar 1 erreicht. Wir gehen rein. Bedrohungen aus den Gebäuden auf der Südseite der Basis. Markieren. Schüsse, lass Conny nicht in die Nähe des Hangars. Ich gebe ihnen Deckung. Zero 1, der Herr Hangar ist sicher. Such jetzt die Chemikalien. Verstanden. Ich bin erledigt. Ja. Wir werden mit Raketen beschlossen. Raketenwerfer entdeckt. Turm im Süden von Hangar 1. Shadow 1, die Raketenwerfer neutralisieren. Von ihm darf die Hangars nicht zerstören. Vorhelf. Verstanden. Kommandor an Bodenteam. Lagebericht. Hangar 1 ist keine Chemikalien. Unsere Quelle ist zuverlässig. Makarovs Chemievorrat befindet sich in dieser Basis. Wenn nichts in diesem Hangar, dann ist nichts besser auf Nummer sicher gehen. Verstanden. Wir suchen hier weiter. Shadow 1, gibt Ihre Deckung? Wir gehen nirgendwo in die Tür. Verhältnisse! Nicht auf die Hangars schießen. Hier schüttet uns alles. An alle Stationen. Keine Chemikalien. Hangar 1 ist leer. Bodenteam zu Hangar 2 vorrücken. Shadow, geben Sie Feuerschutz. Roger, Gold Eagle. Wir helfen Bodenteam. Verstanden. Weiter zu Hangar 2. Mörserfeuer aus Nordwesten. Schütze, schieß auf die Mörser. Erledige sie. Wir werden beschossen. Mörser-Team ausgeschaltet. Scheiß, Makarov. Wer wird er seine Basis verstören, um die Chemikalien zu behalten? Sie werden im nächsten Hangar sein. Und er vielleicht auch. Wir werden mit Raketen beschossen. Los, Schütze. Feuer auf die Raketenwerfer. Wir rücken in den Hangar vor. An alle Stationen. Hangar 2 ist sicher. Wir haben die Chemikalien gefunden. Makarov. Negativ. Er ist nicht hier. Er könnte in der Nähe sein. Bodenteam, neutralisieren Sie die Chemikalien. Shadow überwacht und beschützt das Bodenteam, bis der Job erledigt ist. Verstanden, Gold Eagle. An alle Stationen. Wir fangen Conny-Kommunikation von außerhalb der Basis ab. Sie schicken Panzerfahrzeuge und Verstärkung auf ein Großaufgebot vorbereiten. Verstanden, Kommando. Feindlicher Panzer, im Norden der Basis. Shadow 1, der Panzer darf die Chemikalien nicht zerstören. Was den General gehört, den Panzer eliminieren. Schieß eine Rakete drauf. Da, wo der Funkraum ist, oder war? Feindlicher Panzer zerstört. Gut, ich hasse diese Scheißdinger. Feindfahrzeuge im Norden. Verstanden, markiere. Schütze auf die Fahrzeuge zielen. Wir rücken zu Hangar 2 vor. Und schütze auf. Was ist das? 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 Was? 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 Was ist das? 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 Was ist das?